Ein herzliches Willkommen in der The Metze Powered League One IAC gegen Sturm Graz mit Ending Wow, dann beizt wir mal hier Bitte? Beizt wir heute mal hier Genau, aber schön wohl genommen Der war sehr wuchtig, nachdem er den so abgewehrt hat Kopfball da ist ja mal keins geworden Scheiße Also, da habe ich schon die rote gesehen Gelb hätte es Minimum geben müssen eigentlich Na gut, also es ist der siebte Sturm Graz gegen den elften WAC Rewitsch mit dem Antasten Oh mein Gott Der Flankenhäusler Bin ich? Oh Schön Oh, schön berät noch Das macht er echt meinen Kopf Oh, shit Oh, nein Ja Hast du gelesen, dass der Sturm Graz aufregt, dass der Schull so viel abklopft wird? Ja Ja Ja, da ist der Spieler, das Monatsquand Ja Da steht kein Mensch Na, nutzi Oh, shit Oh, shit Oh, shit Gott sei Dank, Gott sei Dank, das ist gleich geschossen, das gibt es ja nicht Leute, ja das muss eine Karte geben. Da wir schon dabei sind, Schul hat es getroffen. Das gibt es nicht Leute, einfache Pässe. Genau. Gott sei Dank, den hat er nicht. Ja, man kann aber sagen, wir zehrt bis jetzt, sehr gute Möglichkeiten. Ja, du Fichser. Ah, ich glaube den hätte er trotzdem gehabt. Da war er schon am Retourweg. Jetzt aber Häusner. Gegen den Spielverlauf. Da, Häusner. Da, Häusner. Fang der Pett jetzt wieder bei Null an. Ja, Ficks, Alter, schau dir viele Fehler an. Nein, ich meine da, Rosiner. Ja, ey, schau dir viele Fehler an, da muss man wieder bei Null beginnen, da kann man nicht gleich wieder von Top-Goal-Getter ausgehen. Die Fehler macht aber nicht die alleine. Aber er macht Fehler. Fehler anderen habe ich noch keinen Namen gefunden. Ja, gegen den Spielverlauf also jetzt. Uh. Ah, schade. Oh, der ist zweit, oder? Danke. Ja, schade eigentlich. Gegen den Spielverlauf, wie gesagt. Ja, Sturm da will daheim eben Punkte machen. Boah. Sturm hat auch noch nicht verloren. Könnte sich sogar mit diesen drei Punkten eben ganz noch vorsetzen. Ist ja dicht alles da vorne. als H-Gedicht, oder? Boah. Aber hier kann er sich beweisen. Peter Schuhl. Stell auf 2 zu 0. Boah. A-D-Zahn. Geh bitte. So wollte ich das nicht. Ja, so schon er. So auch nicht. Ja. Viele Fehler. Viele, viele, viele Fehler auf beiden Seiten. Ja, das stimmt. Und das stimmt, dass jetzt wurde doppelt belohnt für diese Fehler. nicht da. oh ja oder renn weiter ja oder was das wäre normaler Körper-Einsatz, Alter also das war jetzt uncool die Entscheidung ja oh das hast du ja schon rausgespült ach das war auch Sascha geworfen siehst dann muss ich das erst wieder verdienen ja und da zeigt er die Qualität die Qualität Rebic 3-0 scheiß Neuda blöd dass der Verteidiger aus Kupsch dies frem ja ja WRC das wirklich sehr überraschend für mich auch eben die eine sehr gute Vorbereitung auch Kup gehabt haben ja schlecht spielen sie ja nicht ja schlecht schminkt ja nicht, aber sie brauchen halt irgendwann Punkte, auch. Irgendwann müssen sie sich irgendwie da rausschießen, aus dieser kleinen Krise, die sie haben. Ja, das Match gegen Stummplatz macht das natürlich nicht besser. Hö, hö, hö. Stoßen. So, Ravid. Ah, der hat gar nicht von Anfang an gespielt, oder? Nein. Oh. Oh. Ja. Hallo, Nicole. Wollte ich gerade sagen. Aber, aber, hey, hey, hey. Das Tor aber verdient oder so, wie sie gespielt haben bis jetzt. Meine letzte Zeit nicht, aber die erste Halbzeit. Aber, dass er den so abgehört hat, hat mich gewundert. So, wer hat's gemacht? Sprangler. Assist. Der neue, den wirst du nicht haben, wahrscheinlich, noch, in der nächste. Sprangler habe ich auch nicht. Orgil, glaube ich. Or, Orgil, Orgrill, oder so, glaube ich, war das. Den wollte ich mal testen. Oh, ey, da. Ah, der schießt schwach. Und der halt den wieder zurück. Ah ja, was ist jetzt mit den Sturmspielen erneut? Unfair spielen, hm? Oh, schön. Oh. 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 Alter. Was hast du jetzt wieder? Na, sonst geht. Okay. Aber dann musst du das wissen. Was dann? Coaching-Zone. Probleme. Nein, da war schön noch. Unwahrscheinlich hätte er selber schießen auch können, aber ich habe mich verdrückt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt. Noch schön, wenn es dick rüber klingt. Ja, fett. Ja, der ist vielleicht etwas für die Startmannschaft. Ja, jetzt wird es noch ein, zwei Minuten, muss man da noch kämpfen. 2 Minuten. 1-2. Yes. Puh, harter Kämpfer-Sieg dann noch zum Schluss. Ja, wer zieht, bleibt auf dem Helfenplatz. Schieß sie auf den ersten. Ja, er hat ein Tor geschossen, schul. Ja, er hat geschossen, eines vorgelegt sogar. Schauen wir mal, ob es jetzt mit den Highlights klappt oder nicht. Ja, Minute 3, die erste. Schön geschossen, eigentlich, schön scharf. Geh wir gerade? Eigentlich war ja da schon, eigentlich war ja da schon das Volk da, eigentlich gegen den VRC-Spieler. Also ganz klare Sache. Okay. Ja, dann der Fehler, den Häusler dann beim zweiten Mal ausnutzt. Vielleicht sollten wir auch erklären, warum du ihn so nennst. Weil er so heißt? Bis er es verdient hat. Naa. Bussener. Da stand es 3 zu 0, das sah erst schon gar nicht mehr gut aus für den VRC. Aber dann kam er zurück. Alter. Bis auf die Highlights, die kamen nicht zurück. Warum das jetzt nicht mehr funktioniert? Scheiß, Alter. Kann ich dir nicht sagen. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Na gut. Auf Ja drücken. Bis dann. Bis dann. Und ciao. 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 Ciao.